Das ist Lutherenbad, ein Marienwallfahrtsort im Luzerner Hinterland. Nach der Sonntagsmesse möchte CAD.ch von den Pilgern erfahren, welche Anliegen sie nach Lutherenbad führen. Wir gehen fast alle Monate immer ins Lutherbad. Und du machst mit so Zwege und du hast Kraft geholfen. Ich habe mein Herz, Aschma und den Rücken und alles, was es gibt. Den Arm operieren in der nächsten Woche, das Knie operieren. Das ist auch allein. Und seit wann trinken Sie denn das Heilwasser regelmässig? Ja, schon ein paar Jahre. Ja, viele Jahre schon. Ja, ja. 20 Jahre. Weil es mir immer ein wenig hergezogen hat. Das wollte ich auch ein wenig heil. Und dann nehme ich immer ein wenig Wasser rein. Manchmal verschenke ich es auch ein wenig, weil es Heilwasser ist. Und dann habe ich gebetet, dass ich auch noch ein wenig Sack noch aus dem ganzen Haus. Ich würde sagen, durchschnittlich einmal im Monat gehen wir hier hinten. Ja. Und Sie benutzen das Heilwasser in diesem Fall auch regelmässig? Regelmässig nicht. Aber jetzt habe ich lange kein Sack zu holen. Das Flaschen habe ich hier in der Tasche. Herr Schuhmacher, trinken Sie selber vom Quellwasser in Lutherbad? Ja, ich gehe immer, wenn ich am Donnerstagmorgen hier Messfeier habe, vorhin sechs Flaschen holen und meine Hauseltern und ich trinken während der Woche von diesem Wasser. Und welche für eine Wirkung hat es auf Sie? Also zuerst ist es einmal ein angenehmes Wasser. Ob es irgendeine andere Wirkung hat, kann ich nicht so feststellen. Weil für mich das Wasser sowieso im Zusammenhang steht mit der Fürsprache der Mutter Gottes Maria. Also ich kann das Wasser nicht isoliert betrachten, sonst wäre das eine Art Magie. Können Sie da noch genauer erklären, was Sie mit dem meinen, eine Art Magie? Also wenn ich das Wasser dort hole und meine zum Beispiel, mein schmerzhaftes Arm werde geheilt, wenn ich das Wasser, wenn ich ihn mit dem Wasser einstreich und dann ist es fertig für mich. Dann halte ich das für Magie. Wenn ich aber das Wasser im Zusammenhang sehe und die Mutter der Gottesbitte noch mehr in Fürsprache, dann hoffe ich auf etwas, was sie denn schenkt, das weiss ich nicht. Das ist offen. Aber es braucht einen Zusammenhang zwischen dem Wasser und dem Glauben an die Fürsprache der Maria. Diese Kapelle wurde erbaut, nachdem die Mutter Gottes im Jahre 1581 Jakob Minder in einem Traum offenbarte, dass er hinter seinem Haus nach Wasser graben soll. Er wusch sich damit und wurde von seinen Schmerzen befreit. Heute fließt das heilsspendende Wasser aus zwei Röhren in einen Brunnendrog und von dort direkt in die PET-Flasche der Pilger. Gibt es konkrete Beispiele von Personen, die hier hergekommen sind, vom Quellwasser getrunken haben und dann wirklich gespürt haben, sprich, dass sie von körperlichen Gebrechen geheilt worden sind? Wenn Sie Beispiele wollen, könnte ich Sie hier ins Turmzimmer rauf führen und in einer Schachtel von so genannten Motivtafeln. Das sind so die Tafeln, die die Leute dankten, für etwas, was sie geschenkt bekommen haben, könnten ich Ihnen zeigen. Wir haben so viele Motivtafeln, dass wir lange nicht mehr alle sich aufhängen können. Es gibt Motivtafeln, die einfach ein Bild, so ähnlich wie wir in der Jugend ein Kommunionbild überkommen haben, wo einfach so einen Rahmen drum gemacht worden ist und so als Motivtafeln. Es gibt einige aus Holz, wo der Tank geschnitzt worden ist, es gibt einige aus Stein, wo er eingemeistert worden ist, also ganz verschiedene. Es muss etwas dran sein an diesem Quellwasser, bei so viel Andrang. Ein kräftiger Schluck davon, so scheint es, bringt die heilende Wirkung am schnellsten zur Entfaltung. Ein Cousin von mir ist als zweijähriger Junge vom Vater mit dem Auto überfahren worden und hat Starkrampf bekommen. Und im Spital hat man ihn mehr oder weniger aufgegeben. Eine Tante von einem ist hier in Lauterbad hinteren, hat Wasser geholt, hat die Mutter Gottes gebetet, ist damit im Spital hoch. Ich weiss nicht genau, was sie denn gemacht haben. Jedenfalls ist der Cousin überstanden und ist heute Nacht das gärlige Mann. Ich weiss nicht behaupten, dass Wasser und das Gebet haben ihn gerettet. Es hätte ja auch sein können, dass er sonst gerettet worden wäre. Wurdersen Körner Körner